Wusstest du, dass es irgendwo in deinem Körper einen Hammer, einen Amboss und einen Steigbügel gibt? Obwohl man diese Dinge wohl eher in einem Pferdestall erwarten würde, gibt es sie tatsächlich auch in unserem Mittelohr. Das Mittelohr ist ein luftgefüllter Hohlraum zwischen den äußeren Anteilen des Ohres, wie der Ohrmuschel, und dem Innenohr, das für das eigentliche Hören verantwortlich ist. Hammer, Amboss und Steigbügel liegen im Mittelohr und werden als Gehörknöchelchen bezeichnet. Sie sind die drei kleinsten Knochen im menschlichen Körper. Sie übertragen den Schall vom Trommelfell in das Innenohr. Bei einer Entzündung des Mittelohrs sind auch immer diese drei Knöchelchen mit betroffen, wodurch man beim Hören Schwierigkeiten bekommt. Und genau das ist heute unser Thema, die Mittelohrentzündung. Nach einem kurzen Überblick werden wir uns die Ursachen, Symptome, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten genauer anschauen. Eine Entzündung des Mittelohrs wird medizinisch Otitis media genannt. Dieser Begriff setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Oto, das Ohr bedeutet, der Endung Itis, was für Entzündung steht, und dem lateinischen Wort media, das ausdrückt, dass es sich um den mittleren Abschnitt des Ohres handelt. Die Mittelohrentzündung ist eine der häufigsten Erkrankungen bei Kindern. Sie kann akut auftreten oder sich zu einer chronischen Form entwickeln. Die akute Mittelohrentzündung ist die häufigste Form, weshalb wir uns heute darauf konzentrieren werden. Eine Mittelohrentzündung entsteht in der Regel, wenn sich ein entzündlicher Prozess von den oberen Atemwegen in das Mittelohr ausbreitet. Aber wie kann das passieren? Nun, die Antwort liegt in der Anatomie des Mittelohrs. Deshalb wollen wir uns kurz die Anatomie dazu anschauen. In unserem Mund befindet sich eine kleine Röhre, die sich zwischen der Mundhöhle und dem Mittelohr erstreckt. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Sie wird als Ohrtrompete oder Eustachsche Röhre bezeichnet. Diese Röhre ermöglicht die Belüftung des Mittelohrs. Das heißt, die Luft im Mittelohr kann in die Mundhöhle gelangen und umgekehrt. Warum ist das überhaupt wichtig, fragst du dich vielleicht. Nun, der Luftdruck um uns herum kann sich aufgrund verschiedener Faktoren ändern. Zum Beispiel, wenn wir einen Berg hinaufsteigen, wo der Druck niedrig ist. Oder hinuntersteigen, wo der Druck hoch ist. Wenn sich der Luftdruck um uns herum ändert, wirkt sich das auf unser Trommelfell aus. Ein hoher Druck drückt es nach innen, während ein niedriger Druck es nach außen zieht. Die Ohrtrompete ermöglicht es, dass Luft in das Mittelohr gelangen kann, wodurch sich der Luftdruck im Mittelohr und in der Umgebung ausgleichen. Dies ist eine sehr wichtige Funktion, da sie verhindert, dass das Trommelfell reißt. Du hast diesen Vorgang wahrscheinlich schon beim Starten und Landen im Flugzeug bemerkt. Das Gefühl von Druck auf den Ohren und gedämpften Hörvermögen, das durch Schlucken wieder verschwindet, ist genau dieser Druckausgleich. Die Ohrtrompete ist also sehr hilfreich. Doch obwohl sie uns hilft, unser Gehör zu schützen, bietet diese Röhre auch einen anatomischen Durchgang für Krankheitserreger ins Mittelohr, wie wir bereits erwähnt haben. Eine akute Mittelohrentzündung folgt in der Regel auf eine Infektion der Nasenschleimhaut und des Nasenrachenraums mit Bakterien wie Streptokokken und in selteneren Fällen durch Erkältungsviren. Auch Allergien können eine Mittelohrentzündung hervorrufen. Bestimmte Faktoren können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Kind oder eine Person eine akute Mittelohrentzündung entwickelt. Dazu gehören angeborene Fehlbildungen der Strukturen im und um das Mittelohr, die bereits bei Geburt vorhanden sind, aber auch das Einatmen von Zigarettenrauch. Wenn sich die Krankheitserreger im Mittelohr ansiedeln, verursachen sie dort eine Entzündung. Eines der Merkmale jeder Entzündung ist ein Ödem, eine Schwellung des betroffenen Gewebes. Und da die Ohrtrompete ein enger Kanal ist, behindert eine solche Schwellung schnell die Durchlässigkeit der Röhre und das Mittelohr kann nicht mehr normal belüftet werden. Dadurch verändert sich der Druck im Mittelohr und Flüssigkeit tritt aus der angeschwollenen Schleimhaut aus. Unter diesen Bedingungen können Bakterien und Viren gedeihen und die ersten Symptome der Krankheit verursachen. Zu den häufigsten Symptomen einer akuten Mittelohrentzündung gehören Hörprobleme, Ohrenschmerzen und Fieber. Vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern sind die Symptome aber nicht so eindeutig. Sie können stattdessen Magen-Darm-Symptome wie Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen zeigen. Wenn sie noch nicht sprechen können, fassen sie sich stattdessen oft an das betroffene Ohr, um ihr Unbehagen zu signalisieren. Die Symptome einer Mittelohrentzündung halten in der Regel drei bis fünf Tage an. Danach verschwindet die Entzündung meist von allein und ohne weitere Folgen. In einigen Fällen kann sie jedoch mit einem bleibenden Hörverlust einhergehen, wenn die Mittelohrstrukturen dauerhaft geschädigt werden. Manchmal kann sich die Entzündung auch auf benachbarte Strukturen wie die Schädelhöhle oder den angrenzenden Schädelknochen ausbreiten und dadurch zu Komplikationen führen. Daher ist es wichtig, in solchen schwereren Fällen die Patienten zu überwachen, um im Notfall die Therapie schnell anpassen zu können. Eine Mittelohrentzündung wird von einem HNO-Arzt diagnostiziert. Dieser Arzt ist auf Erkrankungen des Halses, der Nase und der Ohren spezialisiert. Um die Krankheit erkennen zu können, wird ein sogenanntes Otthoskop in das Ohr eingeführt. Der Arzt kann dadurch das Innere des Ohres wie mit einer Lupe genau betrachten. Wenn der Verdacht besteht, dass sich Komplikationen entwickeln, werden zusätzlich bildgebende Untersuchungen wie MRT oder CT sowie Blut- und Abstrichuntersuchungen durchgeführt. Das wichtigste Ziel der Behandlung ist es, die Schmerzen zu lindern. Dafür kommen Schmerzmedikamente wie Ibuprofen oder Paracetamol in Frage. Außerdem sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Ruhe geachtet werden, damit sich der Körper erholen kann. Besteht die begründete Annahme, dass die Entzündung durch Bakterien verursacht ist, können Antibiotika verschrieben werden. Da die Infektion in der Regel aber spontan abklingt, behandeln Ärztinnen und Ärzte jedoch häufig nur die Schmerzen, da unnötige Gaben von Antibiotika eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Resistenzen gegen diese Medikamente spielen. Komplikationen können zwar auftreten, sind aber sehr selten. Wenn du dich an die Anweisungen und Ratschläge deiner Ärztin oder deines Arztes hältst, klingt eine Mittelohrentsündung schnell von alleine ab und du bist schnell wieder fit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleib gesund! Dieses Video ist Teil einer limitierten Serie von klinischen Videos von Kenhab und dient ausschließlich zu Bildungszwecken. Es stellt keine medizinische Beratung dar und die Informationen in diesem Video sollten nicht als Alternative zu einer ärztlichen Untersuchung, Diagnose oder verordneten Therapie verwendet werden. Bei Symptomen wende dich bitte immer an eine Ärztin oder einen Arzt.